Darf ich vorstellen? Meine Klassenkameradinnen, Mimu-chan und Asahi! Ich heiße Mahiro. Ich freue mich sehr, euch kennenzulernen. Mimu-chan, du zerquetscht meinen Arm. Entschuldige. Sie stehen sich echt nah, so wie ich es mir vorgestellt habe. Momichi hat uns wirklich alles über dich erzählt, Mahiron. Äh, Mahiron? Ja, wie hübsch und lustig du bist zum Beispiel. Ja, und auch... ...wie unordentlich, tulpatschig und schüchtern du bist! Das habe ich niemals gesagt. Sie übertreibt nur manchmal etwas. Alles okay? Ach, ist schon in Ordnung. Das stimmt ja auch alles. Ich finde es gut, wenn die Leute keine hohen Erwartungen an mich haben. Ja, danke. Damit habt ihr mir voll und ganz meine Anspannung genommen. Wirklich? Das freut mich, Mahiro. Ja, da kannst du aber mal sowas von froh sein. Asahi ist manchmal eine Dumpfbacke. Jetzt übertreibst du aber. Wir kennen uns schon seit der Grundschule. Ja! Oh, keine Sorge. Die beiden necken sich nur, ohne sich zu lieben. Hä, was meinst du damit? So, bitte sehr. Euer Eis. Oh, na endlich. Wie cool. Das ist also der Herbstspezialbecher. Boah, dieser Laden hat wirklich jede Sorte. Ich habe noch nie einen so wunderschönen Eisbecher gesehen. Ich habe noch nie einen so wunderschönen. Bis zum nächsten Mal.